Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Linux Tutorial, eigentlich weniger ein Tutorial, sondern eher was cooles, was man mit Linux machen kann und nicht mit Windows, ha, nein, Spaß, eigentlich nur ein paar coole Sachen, die ich euch zeigen möchte und zwar das erste ist sudo appget install, das Programm nennt sich AView, das bedeutet wir zeigen sozusagen ein Bild als Ascii Art und ich mag Ascii Art wirklich sehr, ich finde es irgendwie eine coole, geeky Variante, irgendwie ein Bild darzustellen, aber nicht ganz so schlimm, es hat irgendwie was Ästhetisches und was Simples, ja, das Programm was wir hier ausführen wollen ist im Prinzip Ascii View und was wir hier reinpacken ist einfach den Namen oder den Pfad einer Datei, ich ziehe die jetzt einfach mal rein, ich hoffe ihr habt sie nicht gesehen, soll danach noch dastehen und ich finde die Datei irgendwie sehr aussagekräftig als Ascii Art, deswegen mal die und ja, einfach so macht ihr das Ganze, indem ihr hier hinten dran einfach noch Minus Driver Curses hängt und so sieht es dann eben aus, das heißt euer Bild wird als Ascii Art zwischengespeichert und euch auf der Konsole ausgegeben, ihr könnt es natürlich irgendwo hin kopieren, wo ihr es gerade brauchen könnt und an Freunde verschicken, keine Ahnung was, ich finde es ziemlich hübsch und ja, ich hoffe das gefällt euch auch so sehr wie mir Ähm, und wo wir schon bei Ascii Art sind, zeige ich euch doch gerade nochmal das nächste Ähm, das ist ein Programm, das nennt sich, im Prinzip könnte ich das hier mal weg machen, so, ähm, das nennt sich Lip AA-Bin So, ist schon installiert bei mir logischerweise auch und was wir hier machen ist AA-Feier und schon haben wir ein wunderschönes Kaminfeuer in Geek Variante Wunderschön, nicht wahr? Okay, ich hoffe das hat euch genauso sehr gefallen wie mir und ja, wir hören uns schon beim nächsten Mal wieder, ciao!